Ich wusste, dass Wölfe in Deutschland existieren, aber dass die hier in Hamburg sind, kein Schlimmer. Also hätte ich nicht gedacht. Wir sitzen 30 Meter von der Stelle, wo das passiert ist, entfernt auf unserer Terrasse und gucken wir mal auf diese Schafswiese. Aber ob da nachts in den Dunkeln mal ein Wolf spazieren geht, stört uns eigentlich nicht besonders. Wir haben keine Angst im eigentlichen Sinne, natürlicher Vorgang, bedauern das für den Schäfer, hoffe der wird entsprechend kompensiert. Aber ansonsten wir selber und soweit ich weiß auch unsere Nachbarn machen sich keine großen Sorgen. Auch bei den Spaziergängen sind wir unbesorgt mit dem Vertrauen, dass die Wölfe eigentlich eher die Nähe des Menschen scheuen. Ich glaube es nicht, dass die eher weglaufen. Also soweit wie ich gehört habe, sind schon viele ziemlich nah an Wohnhäuser rangekommen, die halt nach Futter gesucht haben. Der Lüttel, wenn ich das sehen, heute Nachmittag als Seeweg aus dem Kindergarten abholt, dann ist natürlich erstmal die Euphorie da. Er wird wahrscheinlich sofort auf die Wiese rennen wollen, Wölfe kiegen, so wie er es gewohnt ist, von Schwarzenberg oder sonst wo. Allerdings denke ich mal, sobald er einschläft, ist es genau andersrum, dann wird er wieder Mama, Papa rufen, weil der Wolf ist ja da. Also wir haben jetzt hier einen Wildpark direkt vor der Tür.